Wir machen die Spitzenforschung, die notwendig ist, um die Zukunft der künstlichen Intelligenz mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass uns jetzt für Wirtschaft, für Gesellschaft, für die Dinge, die wir mit KI tun wollen, die richtigen Forschungsergebnisse und die richtigen Technologien zur Verfügung stehen. Wir haben ein sehr breites Spektrum, interdisziplinäres Spektrum von Anwendungen, aber auch von Basisforschung im Bereich des maschinellen Lernens der künstlichen Intelligenz. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bildung spielt für uns natürlich eine ganz große und sehr zentrale Rolle, denn es ist klar, wenn wir Spitzenforschung im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz machen wollen und das auf lange Zeit hinweg und da auch eine Spitzenposition halten wollen, dann brauchen wir junge Leute, die gut ausgebildet sind, die diese Art von Arbeit in der nahen Zukunft machen können. b 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 Bis zum nächsten Mal.